Moin Leute ich bin jetzt hier an der Xbox und habe gegen Wolfsburg gerade 4-1 gewonnen im Supercup. Und jetzt kommt der europäische Supercup. Ich habe nämlich die Champions League gewonnen und bete scheinbar die Europa League. Und dann das erste Saisonspiel spiele ich auch noch. Oder nee, das oder ich weiß nicht, ob ich das spielen soll. Oder nicht? Ja komm, ich spiele es. Das ist dann das letzte Spielfeld, der erste Spielfeld gegen Borussia Dortmund. Und eins im Sieg, zweite Minute Lewandowski. Läuft hier, ich spiele Schalker, komme aus Bad Fallenbach. Die meisten Abonnenten werden es wissen, also die fünfte wo ich habe. Und ja... Mom, hau hau! ... ... ... ... ...